Mahlzeit und Moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Also, ich habe die Handwerker jetzt hierhin bestellt. Die müssten jeden Moment eintreffen. Und dann versuche ich mal wieder die Bude hier ordentlich zu renovieren. Ja, wir sollten heute renovieren kommen. Richtig. Ja, pack den Bulli aus. Ja. So, dann können wir mal eben einmal durchgehen, was sich jetzt so vorgestellt haben. Die Bude könnte einen neuen Anstrich vertragen. Ich wollte sagen, das ist ziemlich alles marode. Das könnten wir natürlich überarbeiten. Dann denke ich dann, gut. Wir werden gleich erstmal Frühstück machen und dann irgendwann mal so langsam anfangen. Das haben wir soweit alles besprochen. Denkst du an die Farbe, ne? Ja. Ja. Wie gesagt. Ich denke, wir werden so Mittag irgendwo durch sein. Dann können sie ja nochmal die Abnahme machen, wenn wir dann soweit sind. Gut. Ich habe jetzt aber auch kein Feed mehr. Ja. Ich muss los. Alles klar. Direkt was warten. Und zwar sollst du streichen die Wand, die Wand. Ich gehe derzeit mit dem Bierchen schlabbern und dann komme ich gleich wieder. Ja Stefan, wie weit bist du? Gleich fertig. Ja, was meint. Sollen wir mal eben Frühstück machen, bevor wir mal richtig angreifen? Ja, mach mal gerne. Ja, dann. Okay. Ja, dann sehen wir gleich zu, dass wir irgendwie bis Mittag da durchkommen. Weil wir haben ja gleich noch die nächste Baustelle. Aber ich hatte doch auch irgendwie die Tageszeitung mitgebracht. Wo ist denn die schon wieder? Liegt da glaube ich noch. Ja, dann hol die doch mal. Wofür habe ich dich mitgebracht? Oh Gott. Darfst du schon mal mit auf Baustelle fahren? Nein, jetzt Zigarette liegt man hier auf dem Zug. Ja, ist doch scheißegal. Die geht wohl aus. Okay. Ist doch egal. Komm jetzt gib mir die scheiß. Bier noch? Da ist der Teil. Ja, gerne. Auch Bier. Okay. Ich darf auch nicht. Vielleicht haben wir ja noch einen Schluck Wasser im Bulli für dich. Will ich nicht. Ja, gut. Stefan, brauchst du da nur noch ein paar Ecken nachgehen und dann denke ich, dann haben wir's. Ja, mach ich dann mal, ne? Ja, mach es eben fertig, ne? Ja, endlich. Alles fertig. Ja, gut. Ja, dann räumst du eben die Sachen zusammen, machst du eben hier vorne ein bisschen sauber. Ich setze mich schon mal in den Bulli, ne? Geh erst mal auf die Keramiksofa, ne? Scheiße. Meister ist schon wieder passiert. Da gibt's das Bier nicht. Ja, die scheiß Schüssel ist gesprungen. Au. Seid ihr schon fertig? Ach du Scheiße. Hier ist alles voller Kecke. Ja, hallo Leute. Das war unser kleines Video. Der Wohnwagen ist jetzt neu gestrichen. Und wenn's euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Oder abonniert uns. Und dann kommt das nächste Video bestimmt. бh他說 mal in den Mund. Und dann kommt das Video. Vielen Dank.